Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Game, heute mal Hellbound, mal ganz etwas Neues, so ein Retro-Shooter aus den 90ern und genau das muss es sein, schnelles Gameplay, viele Gegner, fette Waffe und ja, das ist die Demo, wenn das etwas ist, dann wird gefetzt, wenn nicht, dann nicht und darum probieren wir es jetzt einfach aus, würde ich sagen, drücken wir mal Start. Ja, das wird schon passen, fangen wir doch einfach mal an, so, ich weiss nicht, was mich erwartet, ich habe ein kurzes Video auf Steam gesehen und dachte, es sieht eigentlich noch richtig geil aus, dann habe ich gesehen, dass es eine Demo gibt, habe mir das Teil natürlich gerade runtergeladen und ja, dann würde ich sagen, schauen wir mal, was uns erwartet. Ich bin ja auch ein grosser Serious Sam Fan oder Quake von früher, Unreal Tournament und all die guten Sachen. Also ja, würde ich sagen, press fire und dann geht's los. Okay, da sind wir. Okay, okay. Schon sehr retromässig da mit diesen Sachen einsammeln, auch die Steuerung. Sehr schnell, da können sie fast noch ein bisschen schneller einstellen, aber mal schauen. Und dann geht's schon los. Okay. Zusammen mit der Energie ist recht. Bitter, aber. Schön noch geschmeidig aus. Munizian, sehr schön. Und oben, noch ein bisschen Energie. Und strafejump. Jetzt nicht so, wie es aussieht, aber für den Rennen-Button und das Movement ist aber recht schnell. Der Soundtrack ist auch fett, zieht richtig schön mit. Eben geil, ist eben geil. Oh shit, die Lava reingestanden. Aber halt, mit dem Movement. Oh, so ein hoher Treffer zieht, aber brutal Energie. Ja, von diesen Bösen da, von diesen komischen, bösen Sachen. Kommt er einfach um eine Ecke zu schleichen, Mann. Oh shit. Ah, das ist jetzt so ein hoher. Das ist ja mal etwas Neues, dass man da vorne zoomen kann. Wow. Monizian, sehr gut. Bist du? Okay. Eiss, Energie. Aber da sind wir gekommen. Okay. Die Rote muss man sich auch merken. Die Rote. Ha, genau aus diesem Grund. Irgendwo ist wieder so ein... Hassen Sie dich, Mann. Eure Scheisse. Das hätte jetzt aussehen, als würde mich das angreifen. Haha. Energie nehmen wir natürlich mit. Sehr schön. Nehmen wir da noch ein bisschen Energie. Irgendwie jetzt drüben. Jetzt noch die Zeuge. Wir gehen da durch. Hier rauf. Sehr gut. Schau mal. Monizian, immer gut. Ja, aber es sieht nice aus für so eine... Es ist nicht jetzt die ultimative Supertop-Grafik. Aber es stört jetzt überhaupt nicht. Also man kann alles gut erkennen. Macht Bock. Es läuft super flüssig. Eigentlich alles, was so ein Game braucht. Wenn man nicht eins auf Grafik hueren macht. Oh shit. Das ist jetzt schlecht gewesen, Mann. Oh. Fix it. So. No problem. Ich habe mir das Gefühl. Hier hinten sieht es einfach schon so aus, als könnte man nicht irgendwie hindern. Wenn es so ein Geheimgang geht. Ich würde jetzt also riskieren. Mal schauen, ob man da irgendwie durchkommt. Es geht ja nicht darum, das Ganze so schnell wie möglich durchzocken. Sondern... Ich glaube nicht. Sondern ein bisschen rumschauen, was es sonst alles gibt. Oh, eine neue Knarre, so wie es aussieht. Ja, die merken die da. Uuuuuh. Ist doch weggegangen. Wie läuft denn hier? Ja, die Knarrte hast du recht. Sehr schön. Jetzt haben wir jetzt eigentlich alles Knüppel. Ist die oder ist die? Ja gut. Oh, Hände! Ja genau, ich mein... Wenn man jetzt irgendwie eine Chance hat gegen die Gegner, Mann. Ich finde, sie sehen irgendwie sehr ähnlich aus hier. Schrot und... Hm, da los, Mann. Oh! Rusica! Oh, shit! Was? Die drücken sogar die Tür auf! Dreckiges Eiff! So! Woah! Shit, ey! Der hat mich jetzt aber voll getroffen, ey! Ja, wir haben alles eingesammelt, ja! Da bist du! Haben wir ja den roten Schlüssel? Oh! Oh! Da ist eine Mäuerli, darum wohn ich nicht runter! Haha! Scheisse sammeln! So! Sehr gut, sehr gut, sehr gut! Ok, dann gehen wir doch mal schauen. Sogar offen. Die Energie, sehr gut! Stirb doch! Ei, ei, ei! Ist da hinten. Ah, das ist eben da, wo wir vorher schon gewesen sind. Stimmt ja, stimmt ja. Es sieht einfach irgendwie aus, als könnte man da weiter. Ich weiss, jetzt habe ich mich verbrannt, wenn etwas anderes sinnlose Energie verbraucht. Oh, das ist energie! Neue Knarre! Ui, 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 ui! Ui, 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 pu! Fuck, man! Ok. Ja, macht einen relativ harten Eindruck. Ach du Scheisse! Aber ist geil, macht Bock! Und jetzt hoffentlich nicht noch einmal von vorne. Ich hoffe es doch sehr fest. Ey, eiskalt von vorne, mann. Eiskalt von vorne. Oh, scheisse, mann. Ah, warum? No, no, no. Zweite Runde, ein bisschen schneller. Anders genug. Hoffentlich noch einer. Wir schauen, dass ich da nicht zu viel Munition verbraten. Hinten. Ragsack. Uh, anders knapp gewesen. Bitch. Ja, komm. Da. Ich glaube, ich hatte nichts drin. Komm mal, ein wenig Herz. Sehr gut. Oder nicht, für das Eisschild. Ist mir also das Risiko zu gross, dort in die Lava zu fallen. Hier ist das rote Key. Das ist rote, rote. Sehr gut. So. Die Kugelschwemme. Die Kugelschwemme. Oh, das sieht noch gut aus. Drücken wir da noch aufs Knopfli. Die Maldini Knarre. Sehr schön. Ich nehme jetzt aber wieder diese Knarre. Für die habe ich noch genug Schüsse. Ja. Gut, vielleicht. Vielleicht komme ich dafür mit diesen einfach besser durch, gell? Ja, die räumen schon recht. Die räumen schon recht. Okay. Dann gehen wir mal mit dieser weiter. Ah, einen rechten Klick kann man irgendwie... ...einen Triple Schuss aussehen. Das ist 2, das ist 3. So. Oh, shit. Das war zu knapp. Oh, shit. Ah. Piss dich doch mit deiner scheiss Kugeli. So. Aber warte mal. Ist das nicht noch irgendwo? Oh, mein Herzli. Ist das nicht. Irgendwo hat es noch einen anderen Eingang. Ich kann mit einem roten. Hm. Ah. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Was machen, Mann. Was machen, Mann? Was machen, Mann? Ach du Scheisse. Ach du Scheisse. Ach du Scheisse. Oh. Das sieht doch schon ein bisschen besser aus als vorher. Hier noch alles grusiges. Munition. Nichts. Was ist das? Rüstung 25. Nice. Wenn wir natürlich alles mit haben. Wenn wir hier oben sonst noch irgendetwas. Jetzt soll ich leben. Ah. Wieder so einen Knopf. Drücken wir aber noch nicht. Hier sieht es auch aus, als könnte man hindern, Mann. Ich fahre jetzt gleich abchecken, bevor ich da weitergehe. Jetzt muss ich mal hier noch schauen. Da ist nichts. Gut. Wo wäre das gewesen da? Ich nicht. Was? Shit. Habe ich eben genau nicht wollen. Wir gehen jetzt zum Risiko. Ich bin aber auch schlecht. Unglaublich. Ach. Scheisse. Hinten ist sicher ein Special, Mann. Irgendetwas ist da hinten. Ah. Sorry, die würden das doch nicht so schön... Ah. Bist du ein Gegner? Oh nein. Ich sage nicht, jetzt sind wir zurückgelaufen da. Irgendwie. Okay. Jetzt sind wir genau einen Schritt draussen rumgeküpft. Okay. Ja dann. Es ist ja nicht wirklich gelohnt. Ausser, dass wir jetzt kein Leben und keine Geimen haben. Aber sonst... Jetzt noch etwas. Sehr gut. So. Es gibt noch ein wenig Leben hier oben. Da oben hat es auch noch etwas. Ah ja, 50. Das ist die Länge Freitreffer vom Gegner. Hahaha. Jetzt noch ein wenig Munition. Das ist schnell oben holen. Wo das Leben definitiv wichtiger wäre. Oh, oh. Oh, blöd. Ha. So, alles dann. Ich muss da oben den Boppen verdrücken. Starbeat. So. Heim. Um. Ich rufe Energie. Hmm. Okay. Okay. Das ist frei. So. 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 Eh. Ah. Das ist zweekt. I can't open directly. Kann ich das drücken? Ich habe einen Teil des Flos und Ereignis. Ich bin auf das Kord. Ich habe einen Schlag. Ich habe einen Fall. Ich glaube, ich muss noch drücken von der Kanzelle, drücken. Oh, Labe, sehr schön. Hallo, hallo, hallo! Oh, das war's doch, da stand zum Anfang wieder, hm? Ah! Das war doch richtig. Mal schauen, ob die Scheisse offen ist. Autsch. Verdammt. Sehr schön. Lebe, 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 lebe. Nice. Gib mir den Scheiss. F***. Uff. So, komm. Nein, du... ...mure Huggelschmum. Gut, ich bin natürlich auch sehr weit weg gewesen. Dafür habe ich jetzt keine Munition mehr. Richtig nice. Auch Lebe und Schild und... Uff. Das Zeug, Mann. Railgun. Nicht so der Freund... äh, Minigun, meine ich. Mehr so etwas da. So... ...haben wir da hinten. Eine Munition, die wir schon voll haben. Wo braucht's? Bitch. Ha ha ha. Irgendwo ist doch noch einer der Töresten. Und da hinten... ...lau, was? Nicht. So gut. Da ist alles. Mit viel... Umweg. Jetzt noch etwas. Sind wir voll haben. So sind wir schon gewesen. Wo ist jetzt der Schuss hervor? Ah. Okay. Das wäre jetzt einfach die andere Seite gewesen, hm? Oder ist das ein anderer? Nein, es ist schon der gleiche. Naja, es ist schon der gleiche Ort. Jetzt können wir die hier einsammeln. Sehr gut. So würde ich sagen. Fuck, Mann. Shit. Jetzt. Der hat jetzt richtig richtig geschmerzt. Unbedingt irgendwie ein Leben gefunden. Haben wir da. Schills. Sehr gut. Hier leben. Noch besser. Perfekt, Mann. Perfekt. Jetzt ist der Ausgang. Nehme ich jetzt mal an. Ich bin ja hier oben runtergekommen. Jetzt vielleicht da noch irgendwo ein wenig Energie. Ich habe das Gefühl, bevor es hier endet. Was für ein Level. Ähm. Kommt noch ein expedanten Haufen Gegner. Okay. In diesem Fall doch nicht ein Haufen Gegner, hm? Hahaha. Chillig. Also. Ich bin 90% gar nicht so schlecht. Secrets null. Kannst du mich verarschen? Hey. Hey, hey, hey. Items 79. Krass. Okay. Würde ich sagen. Nächstes Level. Und dann schauen wir mal, wo es uns im nächsten Level erwartet. Ah. Haha. Okay. Was war es mit der Demo in diesem Fall? Na ja. Haben wir das Ding durchgefetzt. Aber äh. Ja. Macht richtig richtig Bock. Muss ich also wirklich sagen. Macht richtig richtig Bock. Ich glaube das habe ich nicht das letzte Mal gespielt. So ein wenig für Zwischentüren. So ein wenig etwas zum kaputtballern und Action. Und. Ja. Passt. Wenn euch das Video auch gefallen hat. Dann schreibt etwas in die Kommentare. Hinterladen einen Daumen. Wenn nicht, dann nicht. Macht was ihr wollt. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis gleich. Ciao.